Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christoph Leichtweis und ich darf Sie sehr herzlich zu einem kurzen Update bezüglich der strategischen Vermögensverwaltung begrüßen. Zunächst einmal gab es verschiedene Transaktionen, im Kern bestand der Zweck darin, das Portfolio etwas zyklischer auszurichten. Sie wissen, die Aktienquote strategisch mit rund 65% definiert, dementsprechend der Sinn war nun, etwas mehr Konjunkturabhängigkeit ins Portfolio hineinzubekommen. Die Hintergründe werde ich gleich erläutern. Und die weiteren Transaktionen im Umfang etwas geringer, die haben dafür gesorgt, dass das regionale Aktienindexportfolio, was durch verschiedene ETFs abgebildet wird, noch etwas aufgestockt wird. Hierdurch erwarten wir bessere Effekte, was das Thema Rebalancing betrifft und auch noch zusätzlich weitere Diversifikation gegenüber einem lokalen, respektive global ausgerichteten Aktienindex. Das große Thema Wachstum gegenüber Substanz. Sie wissen, der Spieltrieb ist doch bei vielen Anlegern wieder erwacht, ob Tesla, Wirecard oder Bitcoin. Die Zahlen sind ja momentan bekannt. Dementsprechend, der eine oder andere hat vielleicht die Angst auch vor einer Blase am Aktienmarkt. Die sehen wir in der Breite nicht. Dennoch gilt es, das Aktienportfolio zu analysieren, auch darauf zu achten, dass keine Klumpenrisiken entstehen. Konkret auch, dass die Bewertungen des Aktienportfolios nicht so hoch werden, dass die zukünftigen Erdragserwartungen geschmälert werden. Sie wissen, dass durch die marktkapitalisierungsberechnete Logik typischerweise die Aktiensektoren immer höher gewichtet sind, die am stärksten gelaufen sind. Das sind natürlich aufgrund der Entwicklung der letzten 10 Jahre die Wachstumssegmente, speziell Technologie USA. Ich habe Ihnen das hier im Chart mal mitgebracht. Da können Sie das sehr gut sehen über die vergangenen 10 Jahre. Hier oben sehen Sie den globalen Aktienmarkt, gemessen an den Wachstumswerten, also mit einer Gewichtung, die die Wachstumswerte eben stark betont. Hier unten sehen Sie Substanzwerte, das eben das sogenannte Value. Sie sehen diese Riesendifferenz, die sich aufgetan hat, die sich im Laufe der Jahre entsprechend vergrößert hat und dann durch das Thema Corona und den Fokus auf IT und Plattformunternehmen noch weiter zugenommen hat. Und wir sind auch davon überzeugt, dass IT und digitale Sektoren natürlich weiterhin einen wesentlichen Teil im Portfolio ausmachen sollten. Aber sie sollten eben nicht so hochgewichtet sein, dass sie das ganze Portfolio dominieren, weil doch verschiedene Risiken da sind, beispielsweise steigende Zinsen, wie wir es aktuell in den USA sehen, oder auch einfach die Tatsache, dass die guten Aktien zu teuer werden. Das heißt, dass die Geschäftsmodelle, die fundiert sind, die solide sind, die tolle Cashflows und hohe Margen produzieren, dass sie einfach im Gesamtergebnis so hoch werden, weil bereits zu viele Erwartungen eingepreist sind. Und um das zu reflektieren, gab es diese Anpassungen. Konkret wurden die sogenannten Low Volatility Index Fonds verkauft. Value wurde auf der einen Seite aufgebaut. Sie können das hier entsprechend auch sehen im Gesamtbild. Wir haben ein sehr breit diversifiziertes globales Portfolio. Rund 35% sind in Anleihen. Sie sehen hier 10% US-Staatsanleihen, 8% sind globale Anleihen mit Inflationsschutz, 7% Anleihen bester Bonität mit kurzer Laufzeit. Wenn Sie so möchten, der Kasseersatz, der auch dem Rebalancing dienen soll. Dann im Anleihbereich glauben wir, dass man mit opportunistischen Strategien, also taktischen Erwägungen durch einen guten Manager großen Mehrwert bieten kann. Und dann sehen Sie hier dann schon die Aktienquote mit roundabout 65%. Sehr breit diversifiziert. Und der große Neuposten eben hier die 12% Substanz, also Value auf globaler Ebene. Aber das heißt nicht, Sie können es auch hier sehen, Qualität ist nach wie vor im Fokus mit drin mit 5%. Und auch in Aktien USA steckt eben dieses Thema Growth-Aktien und die ganzen bekannten Titel von Amazon und Co. entsprechend mit drin. Dementsprechend, das Portfolio tut, was es soll. Globale strategische Ausrichtung, 65 Aktien, 35 Geldmarkt und Anleihen. Keine Einzeltitelrisiken, keine Hype-Themen, Fokus auf die Portfolioqualität. Entsprechend Substanz für ein Rebalancing, falls die Kurse zurückkommen. Insgesamt geht es darum, die Risikoprämien langfristig zu verdienen, die der Aktienmarkt bietet. Und da gibt es ja speziell auch außerhalb der USA langfristige Schätzungen, die davon ausgehen, dass das besonders in den Schwellenländern, auch der Anteil hat jetzt durch die jüngsten Transaktionen nochmal zugenommen und auch in Europa höher sein dürfte als in den USA. Aber auch das wissen Sie, der Diversifikationsgrad und die globale Bedeutung der USA sorgt natürlich auch dafür, dass die Region in den Faktor-Strategien ausreichend stark vorhanden ist. Insgesamt, die Ausführungen waren jetzt sehr stark auf Faktor-Portfolio bezogen. Bei Faktor-Depot sind die gleichen Analogien, die gleichen Ideen am Werk. Lediglich die Aktienquote mit 40% etwas defensiver, um auch den Anlegern eine Investitionsmöglichkeit zu bieten, denen 65% Aktien aufgrund ihres Anlagehorizonts oder auch ihrer finanziellen Risikobereitschaft etwas zu sportlich erscheinen. Für Rückfragen und Feedback steht Ihr Berater respektive die ÜPOS-Finanzplanung als Strategieberater jederzeit gerne zur Verfügung. Ich darf Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.